Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. So, wir sollen jetzt, glaube ich, erstmal runter. Ja, 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 zum Auto. Alles klar. Dann gehen wir runter. Okay, da schwinden kann er. So, ab zum... Okay, was für ein Auto hier. Und da sollen drei Leute reinpassen? Achso, jeder hat sein Auto, okay. Ich komme hier nicht rein. Achso, ich muss fahren. Oh, ich hab doch gar nichts berührt, ne? Oder war der vorhin schon so? Komisch. Okay, das sind alles Punkte, okay. Was haben wir denn hier? Sind wir jetzt zu dritt einschoppen, oder was? Be your own boss. Das ist richtig, be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Okay. So, I made them watch while I broke their dad's... Ah, shit. Walk away, or the phrase dead-end job gets literal. I don't have much... We don't want your money, just his. Get out of here. You done fucked up. I'm getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people can... Nice left. Been practicing. I can tell. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Get out of here, Eli. I'm just saying. He could have at least made his work forward. Same plan as last time. Eli, Kev, pretend traffic laws matter and get the money home. Nina and I will split up and give the cops the run around. Cool. Let me get the McGillie. Go! Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. Das Rote Out gefällt mir auch gut. Okay. Da hab ich jetzt auch noch fahren, ja. Na gut, dass ich wusste, was wir für Autos haben. Da hab ich auch noch warten. Oh, wei. Oh, okay. Let's get right out. Oh, oh. Die haben ja auch alles weg. Oh, okay. Da hab ich jetzt geschafft hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. dann stecken wir hier mal aus ich muss nicht aussteigen ja ich würde schon sagen nöbel ab gibt es auch das haben wir denn hier schön in stil Wer ist da? Auch noch nicht. Kein Freund davon. Okay. Wir rollten den Bagen hier. Jetzt hab ich keine Waffe hier. Komm her. Ja. Ich brenne. Alles klar. Ich bin Karl wieder. Das Problem. Die Panteros schrappten mein Switchcar. Was? Bikes. Nehmen wir alles auf, was geht. Alles klar. Hier liegt noch was. Ein bisschen Cash. Okay. Wir nehmen den Motorrad da. Okay. Einen von den beiden. Waren dann grad nicht die Polizisten? Oh. 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 Okay. Waren doch die Polizisten. Aua. Soll ich den Kopf jetzt hier los sein? Hallo. Ich häng' fest. Und ich bin gleich dort. Okay. Spring gar nicht nicht. Ja. Nimm einfach mal so'n Kaktus mit. Kein Problem. Ja. Ist klar. Aber ja gut. Wir haben's gepackt. Ja. Wir haben's gepackt. Ja. Ja. Well, shit. Freeze! Down on the ground! Ich hab den Zug! Du hast für eine fahrenheit? Du sagst dir, dass du nicht richten dein Auto schirmstern hast. Ich sagst, dass ich nicht richten es für die Reihenkache reagieren. Daran würde ich es für die Reihenkache wieder- Ich könnte nichts für die Lehre aussehen. Wie ist das, wird es so jeder ganze Zeit in der Tour betieren? Ich dachte, dass das gut gemacht wird. ja okay maybe I can go back to running my old side hustles for extra cash don't worry we'll figure it out this town is full of opportunities okay handy troll hat schon jeden fall was drauf sehr nice so ne das ist ja skins ok ok haben wir ja so dann ist das dann geklingelt ich sehe nicht hey glad you made it home safe we have to get better at this rent thing or we'll never get to do karaoke again also we'll get evicted Nina said you might go back to some of your old side hustles I have some friends who might need work done in your area of expertise when you say friends do you mean friends friends or special friends all my friends are special I'll put their info on your map I think you really like that all I can find as long as their money is good thanks cap okay beginnets das so dass wir gefahndet werden okay das glaube ich kann ein bisschen so kann man den map öffnen so kann man mal hins so kann man das schönes kautos und den dort Sieht eben vielleicht schon mal besser aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Oh, lad' schneller da! Nee, der hätte schon nicht explodieren müssen! Yes! Oh, crap! You think that guy's compensating for something? Don't count him out. He'll take more than a car wreck to kill that sumbitch. Okay, time to finally get the fuck out of... What is that?! Sandstorm! We're going in! Come in, newbie! Gwen, we hear you. We're falling back. Negative. The drone is down. I need... Need eyes on that convoy. I'm giving you field command. Fuck! Really? Do what you gotta do! Follow the lead truck until it stops, then radio! JR? Let's get him! Kid gloves are off! The kid gloves are on? What? It's going on! Hey, where's he? Yeah. Yeah. Und wir euch halt nachladen. Oh! Fuck off! Und meine ganze Munition Cash. Aber ich würde sagen, hier ist die Folge jetzt mal vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr euch Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao! Ciao! He was versin starter. I told you.